Herzlich willkommen hier bei SwampDefense. SwampDefense, den ESX. So haben wir angezockt. Cooles Spiel, gefällt mir auch. Ja, kann man einzulassen. Ja gut, ich kann mal ein paar Sachen aussuchen, kaufen und so weiter. Ich kriege später auch Kohle für Sachen zu kaufen. Ja, hier sieht man hier den Weg und da kommt jetzt Gegner durch. So, da kann man halt hier verschiedene Einheiten da positionieren. Und ja, ich weiß zwar nicht genau, wie es da verstanden geht. Erst wenn man da die Geldmenge hat, kriegt man noch nicht die hin. Muss man erst wahrscheinlich erst freischalten oder sonst die jetzt. Ich weiß nicht, wie man die alle bekommt. Da kann man die Zeit noch vorspulen, hier mal vier, damit es immer schneller geht. So, es gibt quasi hier, die erste Trophäe kriegt man ab dem zweiten Level, wenn man den gemacht hat. Und dann bei jedem anderen Level, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, da geht bis über 50. Hier ist mal eine Trophäe bei jedem Level, wo man packt. So, wenn man packt. Ja. So, dann sieht man hier, kommen hier mehrere Wellen. So, es ist Welle 6 von 15. Und ja, die muss man halt quasi so überleben. Es kann auch mal sein, dass ein Gegner abhaut, also durch den Weg durchkommt. Das ist egal, außer kommen nicht zu viele Gegner da durch. Ich schätze mal da oben die Herzen, wo man zehn hat, das heißt, dass man zehn Gegner durchlassen kann. Also weiß ich schon nicht, da hast du nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall sollten nicht zu viele kommen. Und das war es eigentlich schon. Ja. Keine Ahnung, was für Einheiten mal da am besten ist zu bauen. Am Anfang kann man nur hier einen Typ mit der Pistole machen. Hier, wie man sieht, manche haben eine größere Reichweite, manche nicht. Oder Zerstörungskraft und so weiter. Ja. So, man kann da oben, hier kann man auch bauen. Was heißt bauen, Leute hinmachen. Ja. Ähm, ja, da kann man eigentlich noch hier Fallen bauen. Da sieht man hier mit 50, wo steht hier, Stacheldraht oder was wie immer. Das habe ich noch nicht gehabt, wie er geht. Und da hat man da oben hier mit einem Dreieck, kann man auch hier so was, weil ich nicht wie so eine Atombombe oder irgendwas machen. Die geht so nach vier Sekunden los. Man kann dann aussuchen, wo die explodieren soll. Also gerade dann, wenn mehrere Gegner kommen wird, ratsam. Wie hier so ein Flugzeugangriff. Und noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier im Video zeige. Na, natürlich kommen hier auch dann stärkere Gegner. So, die halten schon ein bisschen mehr aus. Ja. Und da wird halt pro Welle immer schwieriger. Ja. Da wird man einfach noch mehr Leute irgendwo hin. Da wird man irgendwo packen. Akku, äh, 4. Level, direkt mit Trophäen. Okay, das sind, ähm, 5 Strophäen, äh, für das Spiel. Ja, was hat es gekostet? Keine Ahnung, noch im Angebot, jetzt hier 3 Euro oder 2 Euro oder was. Einer auch wo, sonst auch 10 auf 15 Euro. Ja, schon Anspruch. Ja. So und wenn es einem zu langsam ist, dann macht man hier die Geschwindigkeit höher. bis vier mal geht es jetzt auf geschwindigkeit 1 aber ratsam wert erst mal auszuprobieren weit geht erst mal auf 1 zu lassen da war schon klar kommt kommt der durch war ja okay alles bleibt ist mir weg gelutscht weggeflutscht hat man gerade gesehen ich hatte eben zehn herzen einlass durchgekommen also nur neun herzen das heißt mehr als neun gegner dürfen oder durch jetzt noch wirklich verkackt und am ende steht der sieg und der kohle für nächstes mal was war ganz interessant ich hatte mal so drei vier fünf dinger gemacht so jetzt kommt hier die vorletzte welle wo ist denn die letzte so jedes mal wenn man einen abschießt da kriegt man natürlich geld kann man direkt einen neuen bauen die dicke beater ja irgendwann hat man genug leute die einen erschießen schätzt man da kommt doch keine mehr durch oder vielleicht einer noch der mir abhaut naja ok letzte will so wie sagt man kann man hier die geschwindigkeit massiv machen und mal zwei mal drei aber so schlau sind jetzt wenn wir jetzt mal ist immer vorher gut war der vorigen welt ja da ist schon mal war junge ja nur einer durch gelückt ok steht immer das eine abkommen ist er kann noch schwere modus dann machen und hier ist es einfach einfach vor allem naja naja so das war das spiel von spaß map mit langen jahren und ja bei ihnen zu spät am ende dran ok sag ich mal bis nächstes mal wie ich in schließt jetzt warte